an dieser stelle sollte jetzt eigentlich das 300 abonnenten special kommen ich muss sagen ich habe es nicht geschafft ich gebe es zu und es tut mir leid weil ich ja wie ihr wisst nur einen tag die woche frei habe und ich kam echt nicht dazu ich habe auch wirklich nicht damit gerechnet dass wir die 300 so schnell knacken danke also wie ihr von absturz sagt also auch denn david und uwe wir sagen euch einfach danke danke dass es euch gefällt danke dass ihr uns treu bleibt danke an alle die den kanal mit unterstützen die mit kommentare schreiben die uns positives und negatives feedback auch geben denn wir wollen uns auch verbessern und wir freuen uns dass ihr uns zuschaut und ja dass ihr eben einfach immer mit am start seid ihr seid wie sagt man ihr seid geil ja also ihr seid super und alle daumen für euch hoch ja die daumen die man uns gibt die geben jetzt an euch und darum auch dieses wunderschöne bild was ihr zu sehen und wir sagen danke an 308 abonnenten und mit wir weine ich natürlich mich und denn uwe und david und ich bedanke mich jetzt bei euch mit handschlag und wünsche ich noch einen schönen abend also special kommt noch ich arbeite daran so schnell wie es geht seid mir bitte nicht böse und bis dahin gibt es dann weiter last of us gd online battlefield battlefront was ihr wollt schreibt uns einfach auch auf absturzzock.de könnt ihr auch ruhig mal reinschreiben was ihr gerne mal sehen möchtet wir sind für euch da genauso wie ihr für uns da seid also reingehauen ihr lieben und schönen abend euch noch zitternd öffnest du die rostigen pforte was suchst du hier an solch finstere morte bedurrte sträucher und einsamen gräber ein heißer keucher ein weiß in der leber nebisch war nun warm an dein gesicht ein streichholz wirft ihr sech von uns lebenslich warum schlugst du auch jegliche warnung in den wind hast du überhaupt keine ahnung an mir stellt ein bunten vorgestiegen von den toten und jeder von den rossachsen lag schon nah am sagt damals wir starben eins noch